Wir könnten die Server kaputt machen. Gibt's Putsch nicht mehr. Okay, ein großer roter Knopf. Jetzt darf ich nicht drücken. Das ist ein großer roter Knopf. Alle großen roten Knöpfe müssen gedrückt werden. Ah, ich musste erst mal den großen roten Knopf einschalten, damit ich ihn ausschalten kann. Die kaputt. Gut. Ich glaube, ich setze doch mal lieber ein... Inventargegenstand ein. Aktiviert. Ich bin voll der Hacker. Hihi, hi, hi. So. Da können wir uns weiter buddeln. Wird schon viel gefressen. Komm, aus. Ähm. Das ist nicht cool ist mit diesen Zielen. Da oben ist, glaube ich, so einer von diesen unsterblichen Vampiren. Man, die mit den Stiften abschießen muss? Was zum Beispiel, dass man sowas ausprobieren muss. Ich glaube nicht, dass man permanent dahin sich dahin buddeln muss. Ich habe zum ersten Mal gekillt. Wer hat eine E-Mail geschrieben? Abgeschickt. Okay. Trigger aus Hampton, Maine. Nachricht ist auf dem Weg. Ich habe nur noch 9 von 35. Ich habe nur noch 9 von 35. Das macht zum Glück keinen Schaden. Das macht zum Glück keinen Schaden. Warum haben die hier solche Laser? Geld. 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 Ich habe nur noch 2 Boxen. Okay, das ist gerade albern. ich brauche bloß eine box weil ich in talent film ich bin ausgewichen gott diese roboter diese fesselfiecher sind böse was ist aber hier gibt es nichts kisten das sieht so fake aus sagt doch gleich der stein den du suchst ist in der kasse ok du bist rot ist auch grün du bist rot gibt es irgendeinen hinweis ist grün rot ist gelb ist gelb also eine code sequenz zuerst rot schreibe ich mal vorsicht aber auf weil das sieht ganz nach der code sequenz aus die wir eventuell brauchen die anderen zu knacken 1 2 3 4 5 6 der erste ist da 1 nein du nicht muss ich hier wirklich einfach bloß eine reihenfolge machen nein du auch nicht also rot ist ein komplett try and error system so dich hat dich was ist mit dir was ist mit grün das ist die 2 jetzt wird es wieder raten 2 3 3 3 3 5 6 10 5 5 6 5 5 6 7 5 7 8 8 9 10 10 10 10 14 Das ist eine Farbkodierung. Und 6 ist Lila. Ob der jetzt auch für die anderen gilt? Das ist George Freyas' persönliche Computer. Was sollen wir nachschlagen? Vampirquatsch, Blattarbeit. Vampirquatsch. Geoff Freya schrie. Außer 1, Vampire beschwören, die für mich arbeiten. Phase 2, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Phase 3, Profit. Das sind doch die Teile von den Unterhosen-Gnomen aus South Park. Blattarbeit. Also gut, was hat diese Spinne zu Blatt zu sagen? Mein lieber Professor Rockwell. Blatt ist unter vielen Namen bekannt, wie zum Beispiel Ignus Fatus für Verletz. Und ich bin sein treuer Diener. In der alten Heimat wanderte ich unter seinem Kommando ziellos umher und tauschte meine Freiheit gegen ein Versprechen ein. Ich würde ein Imperium von Doomscrollenden Kindern aufbauen und Blatt mit all der Energie füttern, die es braucht. Mit ihren ruhigen Auftreten und ihren Autorität gegenüber Kindern werden sie ihre Aufgabe gut meistern. Ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit. The demon called Blatt. So. Bei all den Fälschungen bin ich überrascht, dass dieser Stein echt ist. Genau. Kein Herumschnüffeln mehr. Ich wurde doch buchstäblich dazu eingeladen. Es war eine Falle. Das sind keine gute. Aber warte es nur ab. Ich werde meine Roboter tun lassen. Was Vampire nicht können. Mit Technologie und Mythologie werde ich der klügste und mächtigste Mann der Welt. Ja, ha, 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 ha. Na gut, Frankenstein. Du weißt, dass das nicht passieren wird. Äh, eigentlich war Frankenstein der geniale Wissenschaftler und nicht das Monster. Idiot, der Wissenschaftler war das Monster. Yay, abwärts in den Kampfring. Jetzt kriegen wir auf die... Verge Modus! Verge Modus activated. ... Wafuck? Um... Die Frage ist, hä? Okay. Au! Zerdoppel nicht landen darf dann. Bist. Mit einer umgebauten Waschmaschine besiegt worden. Okay. Okay. Warum? Okay. Was zum... Okay. Geh auf! Ah, fuck! Ich verstehe es nicht. Alter! So. Gut, bei dem kann ich nicht mehr zuschlagen. Dabei auch nicht. Gut. Ich muss warten, bis er den Angriff macht. Autsch! Gut! Au! 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 So, und noch ne Runde. Au. War nicht vorbereitet. So, noch mal. Ab ist. Ah, genau falsch ausgewichen. Genau falsch ausgewichen. Ah. Ah, fuck. Okay, das war jetzt, äh, komisch. Das letzte. Das war vorher war ich einfach bloß dumm. Oh. Oh. Ah! hol doch einfach